Hallo Chef, guten Morgen. Wie geht's dir? Super, super. Mir auch gut. Heute ein bisschen Wind. Wind pusten, aber gut. Chef, ich wollte was fragen. Ich zu Hause auch eine Baustelle habe. Ja, ja, bei mir. Und ich wollte fragen, ob ich ein paar Werkzeuge mitnehmen kann, heute nach Feierabend, dann Montag bringen, wieder zurück. Lieber nicht, okay. Warum, Chef? Wenn was bei mir auf Baustelle schief geht, dann durch schlechte Gewissen haben, weil mit deinem Werkzeug geschafft. Aber normalerweise, Chef, kann nichts schief gehen. Das kann man ja nie wissen, okay, alles klar. Das heißt, lieber Finger weg vom Werkzeug, okay, okay. Aber diese Erfahrung, was ich bei dir gesammelt habe, darf ich gerne investieren, okay, alles klar. Danke, danke, danke. Ich soll im Baumarkt Werkzeug kaufen, okay. Gibt's billiges Werkzeug, ich weiß, Chef, aber diesen Monat, wirklich knapp bei mir. Bis ich alles nachgezahlt, diese Gas, Strom und Lebensmittel, lauter, ich hab wirklich kein Geld mehr übrig. Ich soll dann warten. Baustelle haut nicht weg, okay, okay, okay. Dann nächsten Monat anfangen, alles klar. Dann mache ich so, dann mache ich so. Aber vielen Dank. Aber wenn ich Tipps brauche, ich darf gerne anrufen. Danke, Chef, danke. Ich weiß, du immer, du immer helfen bei mir. Danke dir.